und willkommen zurück zu horizon zero dawn und willkommen auf meinem kanal natürlich wir sind mittlerweile in der neunten folge und stehen jetzt vor den prüfungen dass wir wieder in den stamm aufgenommen werden ich bin gespannt ob wir das ganze ding gewinnen können so ok dann würde ich sagen machen wir weiter aber ich wollte nur noch anmerken wenn euch das video gefällt lasst mir doch am schluss des videos ein abo da ein like oder auch ein kommentar und ansonsten würde ich sagen viel spaß mit der heutigen folge ich bin ja ganz cool nur warum die geschmacht stellen Ich sehe, ich habe nichts. Man. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen was sammeln hier. Okay, hergestellt. Habe ich hier irgendwo ein Ding, wie viel ich schon erledigt habe oder so? Ja, weit vorbei. Schwein! Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Kein Problem. Okay, schauen wir mal. Geht nicht so weit. Okay, das muss ich anders machen. Ich brauche die. Gehe zum Anfang des Kriegsfahrzeugs. Ich kann mir keine Dinger mehr herstellen. Die Trophäe ist einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene. Die war hinter mir. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Warst wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel geleist. Was? Kannst du ver... Oh, warte. Das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Erzähl doch nicht. Ich kann nicht verlieren, Mensch. Ho, 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 ho. Bei der Urmutter ist sie irre. Sie bringt sich doch um. Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Jetzt geht's nur noch vorwärts. Ich sehe nicht. Und Vala ist direkt der... Jetzt mach's schon. Schneller, nicht nachlassen. Komm, Eloy, zieh. Zieh. Oh, das muss weitermachen. Die Ausgestoßene. Im alten Pfad. Was ist die irre? Gut, ich hol auf. Die Ausgestoßene holt auf. Wie ist die da raufgekommen? Das wird ganz schön knapp. So sieht's aus. Jetzt mach schon. Beeilung. Weiter so. Wollen wir mal eine Medizin nehmen? Ich hab mein Leben lang dafür trainiert. Sie hatten einen Stamm, aber ich hatte die Bildnis. Präzision. Nicht genug. Los. Sein. Perfekt. Bin ich jetzt vor dem oder nicht? Los, jetzt komm jetzt. Du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Ben. Niemals. Was ist denn das für ein Schwein? Alter. Hey, Leute. Lauf. Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast. Bast. Machst du mit? Bin dabei. Lass mal los. Jetzt. Erledigt sie. Wo muss ich hin überhaupt? Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Wir schaffen das nicht. Oh, Mutter. Hilf uns. Headshot, Baby. Vernichtet die Schänder. Vernichtet die Eindringlinge. Sie sind zu stark. Nein. Wir können sie nicht aufhalten. Schnell, lauft rüber zum Seil. Tötet sie alle. Keine Zeugen. Keine Überlebenden. Kämpf ich weiter. Dann mal los. Oh nein. Da sind noch mehr. Da kommen noch mehr. Wir sind angezählt. Wie viele sind das? Wir sind die Nächsten, wenn wir nicht kämpfen. Wie viele sind das? Es sind zu viele. Wir schaffen das nicht. Geht doch nicht immer. Oh, Mutter. Hilf uns. Vernichtet die Eindringlinge. Das war's. Vernichtet die Schänder. Sie sind zu stark. Haben wir das Späte? Was ist hier los? Wir können sie nicht aufhalten. Erledigt sie. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Okay, wird dann Zwischensequenz erreicht. Jetzt. Runter, solange es noch geht. Alter, das ist ein Knarre, Mensch. Komm zurück. Wille. Ah, Mala! Mala! Nein! Der Rothsopst stirbt jetzt. Alle! Vorbären! Halt! Krissi! Ich glaube auch irgendwie die Knarre. Ich bin da. Das war's für heute. Ja, jetzt gibt's die Weh. Jetzt bin ich mal dran hier. Danken wir uns auch. Ich bin nur den gegnerischen Anführer. Jetzt schauen wir aber erstmal, wenn wir uns erstmal schon Medizin holen. Ohne Medizin ist auch blöd. Wahrscheinlich wird das Ding jetzt uns auch in die Schuhe geschoben, dass wir das waren. Hier ist auch noch Medizin. Alle tot. Ich bin der einzige Überlebende. Und die hat auch so ein Ding. No, nee, oder? Ja, dein Gesicht zur Sonne, Kind. Keine Sperre, komm. Oh, nee, oder? Oh, nee, oder? Rost ist auch tot. Scheiße. Verbrenner alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Elohe. 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 Goh. Ich hab gedacht, der geht weg von mir. Ich hab das Angst. Ich hab das Angst. Da sie dort ist, ist Blaschämie! Sie muss zu ihrer Mutter! Oh, nein! Aloy, es tut mir leid. Ich kann nicht mehr, es tut mir leid. Rass! Nein, 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 nein. Ich muss hier irgendwie raus. Ich brauche den Fokus. Nein. Nein. Rust hat mich gerettet. Hauptquest abgeschlossen. Ja, er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Neue Quest, der Leib des Berges. Ja, es war eine richtig geile Folge, aber auch ein bisschen traurig, finde ich. Naja, hilft nicht, würde ich sagen. Vielleicht kommt er doch noch auf irgendein ungeklärter Weise wieder zurück. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar freuen. Und ansonsten, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir, wie es hier mit der Quest weitergeht. Der Leib des Berges. Die Suche nach dem Fokus. Und ansonsten, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge, euer Andi.